In diesem Video möchte ich die Ersteinrichtung deines iPads gemeinsam mit dir vornehmen. Nachdem du dein iPad rechts oben mit einem langen Druck auf den Einschaltknopf eingeschalten hast, wirst du vom Hello Bildschirm begrüßt. Danach kannst du die Sprache auswählen und das Land oder die Region. Hier musst du für Österreich etwas weiter nach unten scrollen. Die Sprache wird nun festgelegt und schon kommst du zum Schnellstartbildschirm. Hier wählst du bitte manuell konfigurieren und im nächsten Schritt musst du ein WLAN auswählen. Entweder das WLAN der Schule oder das WLAN bei dir zu Hause. Nachdem du das WLAN gewählt hast, gibst du das Passwort ein und verbindest dich mit dem WLAN. Wenn alles geklappt hat, klickst du rechts oben auf weiter und dein iPad wird aktiviert. Das kann je nach Internetverbindung einige Zeit dauern. Nachdem dein iPad aktiviert wurde, stimmst du den Datenschutzeinstellungen zu und wählst bei Apps und Daten keine Daten übertragen. Danach wirst du informiert, dass dein iPad von der Musikmittelschule Radstadt verwaltet wird und im nächsten Fenster meldest du dich nun mit deiner Schul-E-Mail-Adresse an vorname.nachname at mms-radstadt.at. Nach einem Klick auf weiter gibst du noch dein Passwort ein und schon bist du auf deinem iPad angemeldet und die Konfiguration aus dem Device Management wird übernommen. Im nächsten Schritt richtest du Touch-ID ein. Dazu legst du einen deiner Finger auf den Home-Button und bewegst ihn immer wieder auf und ab, damit dein Fingerabdruck gescannt werden kann. In einem zweiten Scan-Schritt werden nun auch die Ränder deines Fingers gescannt, sodass dein ganzer Fingerabdruck erkannt wird. In den Einstellungen kannst du später dann auch zusätzliche Finger registrieren. Im nächsten Schritt kannst du noch einen Entsperrcode festlegen. Ich habe hier in den Code-Optionen eingestellt, dass ich einen vierstelligen Code verwenden kann, werde dann gewarnt, dass dieser leicht zu erraten ist, aber ich verwende ihn in diesem Fall trotzdem. Und im letzten Schritt bestätigst du nun noch, dass dein iPad abgedatet wird, aktivierst die Ortungsdienste, damit auch die Uhrzeit automatisch eingestellt werden kann und schon ist dein iPad einsatzbereit. Wenn du zwischen den Home-Screens hin und her swipest, siehst du auf der zweiten Seite hier bereits, dass die ersten Apps geladen werden, die wir für dich an unserer Schule ausgewählt haben und die nun automatisch auf dein Gerät installiert werden. Nachdem du nun die Ersteinrichtung erfolgreich abgeschlossen hast, wünsche ich dir nun viel Spaß mit deinem neuen iPad.